Locked and loaded, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Horrorprojekt hier bei mir. Wir spielen Tattletail und es ist 5 Tage vor Weihnachten, 20. Dezember 1998. Und wir werden sofort ins Spiel geschmissen und wir sollen unser Weihnachtsgeschenk öffnen. Open your Christmas present early. Das heißt, wir sollen es früh öffnen. Das Ganze passiert auf der Unity Engine, wie man unschwer erkennen kann. Ja, ich und Horrorspiele. Das ist für die einen freut, für die anderen leid. Ich bin die anderen. Und ich spiele nicht gerne Horrorspiele. Ich spiele es nicht schon gerne, aber dann wirklich volle Kanne Licht an und alles. Und ich habe mich dazu jetzt mal entschlossen, Rollo runter, dunkel, war ein Fehler, merke ich jetzt schon. Habe ich schon gemerkt am Intro, welches gar nicht vorhanden ist. Also an diesem ekligen Bildschirm, dieses Geräusch von diesem Fernseher, die es schnee. Egal, wir spielen jetzt einfach mal. Alter. Boah. G.I. Tattletail ist so angelehnt an die Furbies, die Ende der 90er, oder Mitte, Ende der 90er zum Vorschein kamen. Oh, Christmas. Jawohl. Ja klar, Weihnachten. Weihnachtsbaum passt ganz gut. Gut. Ich höre Schritte und ganz leichte Kindermusik, das ist nicht cool. Wow, okay. Leute, ich will das eigentlich... Hold shift to run. Careful, it makes noise. Ach, du Kacke. Yo, okay. Kriegen wir auch sofort ein Symbol. Das ist gut, das ist echt gut. Gut. Erst habe ich mich von diesem Sack erschrocken. Und jetzt auch noch eine Tür. Eine Kellertür, so wie es aussieht. Kühlschrank, kümmern wir da ran. Später wahrscheinlich. Ich habe gesehen, dass man im Kühlschrank irgendwie interagieren kann. Als ich ganz kurz reingezockt habe mittlerweile schon. Also wirklich nur kurz. Weil ich wollte halt gucken, wie es läuft mit Aufnahmeprahmen, mit Ton und so. Da muss ich echt ein bisschen runterstellen bei mir die Kopfhörer, weil die zwar so laut. Und das ist dann ungefähr doch so ein bisschen pass mit dem Aufnahmeprahmen. Aber ich glaube, wir müssen hier sogar runter, weil wir haben hier sonst nur hier noch eine Tür. Knock on Mom's Door. Hold. Mama. Mama? Okay, die schläft. Was mit Papa? Papa? Hallo. Ketchup. Das Ketchup. Okay, wir gehen mal runter. Wir gehen mal runter. Boah, was ist das für Musik, Alter. 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 Ich mag die Musik überhaupt nicht. Watch your yellow icon on the top. Ah, das ist das hier. Genau das. Okidoki. Eine Vase. Oh, ich mag das nicht. Und hier wird es dunkel. Das mag ich am wenigsten. Na, Stufen. Das wird wahrscheinlich so ein... Ja, genau. Da geht es raus. Da ist auch noch eine Tür. Geht es denn da hin? Können wir natürlich nirgendwo hin. Hier ist ein Hund in der Pfanne. Wir haben wohl einen Hund. Wir haben einen Hund. Das ist schon mal gut. Boah. Okay, noch ist alles friedlich eigentlich. Eigentlich. Oder irgendwie. Was ist das denn da? Ah. Guck mal. Geschenk. Ich habe das Geschenk gefunden. Nochmal. Okay. Das ist also Tattletail. Huch. Will ich dich jetzt aufnehmen oder nicht? Guck mal. Perfekt für einen Screenshot. Ich finde das Viech. Oh, leck mich am Arsch. Oh. Du bist ein Lautvogel, ey. Was ist ein Furby eigentlich? Also so ein Tattletail. Entschuldigung. Ich werde wahrscheinlich öfter mal Furby sagen, weil es einfach aussieht wie ein Furby. Es ist ein Furby. Du machst ganz schön. Aber es ist doch Weihnacht. Ich habe doch gar nicht Geburtstag. Das Ding ist laut und macht einfach original diese Furby-Geräusche. Der braucht jetzt auch noch Essen. He really eats. Grab some food from upstairs. Fridge. Ja, wo war dann schon hier bei Wern? Beim Fridge. Brushable hair. Use a brush in the living room to clean Tattletail. Oh yeah. Okay. Machen wir. Boah. Da. Jawohl. Das ist echt seine Haare, Cam, ey. Wrap Tattletail back up. Okay, wir müssen wieder einpacken. Du bist tired? Ja, toll. Und das wird jetzt wahrscheinlich jede Nacht bis Weihnachten so weitergehen, oder was? Oder noch länger? Die Frage ist, ist das jetzt amerikanisches Weihnachten? Ja, wird wahrscheinlich amerikanisch. Aber hier ist Amerika und Ungarn. Okay. Ja, gut. Wir werden es ja sehen. Oder ist es Bulgarien? Egal. Auf jeden Fall. Boah. Ist das fies, das Geräusch, ey. Ist doch nicht da. Komm, wir gehen wieder. Alles wird gut, Tattletail. Ja, dann... Ja, dann... Wow. Rede doch einfach nicht so viel. Nein! Collect Egghold. Okay. Cute Dogfood. Found Egg Nummer 2. 9 von 22. Ja, gut. 9 von 22 liegt daran, dass ich halt schon ein bisschen reingespielt habe und so viele Eier gefunden habe. So. War lustig, dass ich das offensichtlich noch nicht gefunden hatte. Das verstehe ich auch nicht. Oder ist es einfach ein Bug in der Anzeige? Ich habe doch nicht so viele gefunden, oder? Boah, Alter. Ist laut. Es ist extrem laut gerade. Ich bin falsch, oder? Bin ich richtig? Ja, hier ist der Schaukelstuhl. Genau, gut. Wow. Don't answer the phone. Die Tür ist auf. Sollen wir... Nein, nein. Wir hören auf das Spiel. Don't answer the phone. Warum ist die Tür auf einmal auf? Da ist ein Ei. Wow. Okay, Hairball. Okay. Contact Nummer 1. Schnell weg. Go to bed. Ja, wir gehen ins... Da ist noch ein Ei. Ich erschrecke mich. Missing Sock. Jedes Mal. Mit diesen blöden Eier. Okay, wir schlafen. Loading. Okay. Das haben wir uns schon mal überstanden. Heile. Bin ich vor... 21 Dezember 1998. 4 Tage bevor Christmas. Also 4 Tage bis Weihnachten. Huh. Investigate the clunking noise. Ich will nicht. Wo kommt das her? Ist es draußen? Ne, Tür ist wieder zu. War ja klar. Oder ist es unten im Keller? Ey, ich wette so, das ist im Keller wieder. Ganz ehrlich, was sonst? Oder wo sonst? Oh, scheiße. Ja, wo soll es sonst herkommen, ne? Äh, da hinten. Da bewegt sich doch... Die Waschmaschine. Die Waschmaschine ist am... Das stand da eben noch nicht, oder? Keine Ahnung. Egal, ich gehe zur Waschmaschine. Turn off. Ja, machen wir. Hör, leck mich am Arsch. Oh, Tattletail. Du bist ein... Battery. Ah, das ist die Ladestation. Charging Station. Das kann ja nur das sein, ne? Jawohl. Alter, was? Wie lange das dauert? La, la, la. La, 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 la. Hi, 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 hi. Let's have some fun. Find a vase. Also, eine Vase im Basement. Ich habe da schon eine gesehen. Die stand doch hier, oder nicht? Wo stand denn die Vase? Aber ich finde das gar nicht cool, muss ich sagen, ne? Also, Horrorspiele sind ja schon eine Sache für sich, aber wenn man dann... Wenn dann nicht so viel passiert... Das ist jetzt auch die Tür offen. Okay. Gut, dann machen wir doch die... Das ist eine Taschenlampe. Warte mal, können wir die aufnehmen? Nein, natürlich nicht. Wir machen gerne mal die Vase kaputt. Komm. Ha. Sie geht natürlich wirklich kaputt. Woa. Ah, 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 ah. Was? Shake, Flashlight. Oh, fuck. Okidoki. Was war das? Da waren rote Punktleuchtdinger. Ok, also wir haben hier doch was. Ok. Ganz ruhig. Raptadletailbacker, wir machen wir. Some events and creatures make your flashlight go out. Creatures? Wieso Creatures? Go to bed. Ok. Dann gehen wir zu bed. Alter, da waren die Leuchtaugen. Boah, Alter. Ich will nicht. Leute, ich will nicht mehr. Oh. Shit. Oh, war ja klar. Wieder Telefon. Die Tür ist zu. Diesmal steht auch nicht, dass wir nicht rangehen sollen. Aber ich lasse es trotzdem. Nee. Nö. Ist keiner zu Hause. Ich schlafe. Ich bin ein ganz braves Kind. Ich schlafe einfach. Und liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal ein Päuschen. Dezember 22. 1998. Drei Tage vor Weihnachten. Damit geht es in der nächsten Folge von Tattletail weiter. Da ich die Befürchtung habe, das Spiel geht nicht so lange. Werde jetzt mal hier ein Päuschen machen und wir sehen uns dann übermorgen mit der nächsten Folge von Tattletail wieder. Bis dann, euer Telegan. Und ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017